Voraussichtlich im Herbst 2012 soll mit dem Bau der Seestadt in Bregenz begonnen werden. Gerhard Schwerzler, Stadtrat in Bregenz, die Stadt prüft ein innovatives Energiekonzept für die Seestadt, und zwar die Seewassernutzung. In welchem Bereich soll denn das Wasser des Bodensees genutzt werden? Also genutzt werden soll das Wasser des Bodensees für Heiz- und für Kühlzwecke. Welche Einsparungen würde denn das Seewasser bringen, eben für die Heiz- und Kühlzwecke? Es handelt sich da um eine sehr innovative Lösung, die es zwar schon gibt an anderen Orten, aber in dieser Dimension in Vorarlberg erstmalig ist. Einsparungen werden sich nicht auf der finanziellen Ebene ergeben, zumindest nicht in den allerersten Jahren. Das wird die Entwicklung der Energiepreise erst zeigen, ob da auch ein wirtschaftlicher Nutzen da ist. Aber es ist vor allem eine Einsparung im Bereich der CO2-Emissionen, die wir hier erreichen können. Nun gab es ja Bedenken, was die mögliche Beeinflussung des Bodenseewärmehaushaltes angeht. Das wird nun in Abstimmung mit der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee durch Computersimulationen geprüft. Liegen denn schon Ergebnisse vor und kann man sagen, es wäre möglich? Ja, hier liegen sehr positive Ergebnisse vor, die auch schon in der Internationalen Gewässerschutzkommission präsentiert worden sind. Von dort haben wir positives Feedback bekommen und sind darum guter Dinge, dass wir auch mit den Landesbehörden zusammen hier eine Genehmigung erreichen können. War es gerade bei der Seestadt notwendig, die Gewässerschutzkommission hinzuzuziehen? Zum Beispiel der Kaiserstrand und andere Gebäude rund um den Bodenseen, sei es in Deutschland oder Schweiz, brauchen das nicht. Die internationalen Vereinbarungen regeln die Entnahme von Seewasser aus dem Bodensee. Bis zu einem gewissen Schwellwert kann man hier eine Entnahme machen, die keine internationale Abstimmung bedarf. Beim Kaiserstrand ist das der Fall. Die Dimension, die wir hier planen, ist ein bisschen höher als diese Schwelle. Darum sind wir diesen Weg gegangen. Konkret kann man also sagen, es wäre möglich, was den Bodensee angeht und den Naturschutz. Hier geht es also jetzt nur noch um die Machbarkeit und die finanziellen Lösungen. Selbstverständlich ist alles, was den Naturschutz und Gewässerschutz anbelangt, noch mit den Behörden zusammen zu regeln. Aber hier haben wir sehr positive Signale. Wir sind jetzt dabei, auch die wirtschaftliche Machbarkeit prüfen zu lassen, hier Konzepte für Anlagenkonzepte zu entwickeln. Wir erwarten hier auch in den nächsten Wochen erste Resultate, mit denen wir dann auch eine wirtschaftliche Prüfung und ein Geschäftsmodell entwickeln können.